Servus zusammen! Hier soll mal die ganz kleine Studio-Führung beginnen für alle Leute, die am Donnerstag zum exklusiven Casper-Studio-Konzert von EGO FM kommen. Wir befinden uns natürlich vor den heiligen Hallen. Hier rechts ist unser Funkhaus und da gehen wir jetzt gleich zusammen rein. 254 ist die Hausnummer. So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann viel Erfolg! Ihr müsst nur noch auf die vier drücken, wir sind im vierten Stock. Das sind die heiligen Hallen, der heilige Schlauch, kann man eigentlich fast sagen, von EGO FM. Von hier aus senden wir seit ungefähr fünf Jahren. So, wie ihr seht, wird jetzt noch gearbeitet hier, wo später gefeiert wird. Ganz vorne ist die Technik, dann haben wir hier Musikressort und dann gibt's hier Online-Themen und so weiter und auch Moderationstische. Und ganz wichtig, dort sitzen die Chefes, also unsere Chefredakteurin und der Musikchef. Plus, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, der Kickertisch. Ey, hier bin ich! Wenn ihr mich sehen könnt, ganz hier hinten, da wo ich jetzt stehe, wird noch die Casper-Bühne aufgebaut und dann wird er hier live für uns alle performen. Rechts von mir das Studio, links noch ein paar Schnittplätze. Das kommt alles weg und dann wird hier richtig holle molle gemacht. So, jetzt seid ihr also hier an der Wall of Fame. Hier werden ja immer unsere ganzen EGO FM-Künstler geknipst und genau da, wo ich jetzt stehe, da wird der Casper stehen am Donnerstag. Wir freuen uns auf euch!